Wir starten mit der W, keine Ahnung warum, kaufen uns ein Tank-Item und let's go. Ich hätte nur auf Master hier ein Master Resign-Memote. Junge! Was ist das? Nice, that's that. Komm her, Kaiser! What is she doing? Oh mein Gott. Also mein Jungle Clear of Y ist nicht so schnell. Aber es geht... Max CQ, das wusste ich gar nicht. Hauptsache wir wären noch fertig bevor die Crab spawnen, das wäre ganz wichtig. Mal schauen ob das was wird. Oh nein, ich wollte mit dem Flash ein Auto-Attack Reset machen, weil ich dachte ich hab nicht genug Damage. Scheiße man, oh nein mein Ping, mein Ping, mein Ping. 400er Ping, alles klar Bruder. Bitte hören sie auf damit. Komm auch rein. Schnell ab. Na ja. ... Oh Jungs, nice as that. Raus hier. Jetzt haben wir Ulf. Ich hab keine Ahnung, die Ult war komplett wasted, aber egal. Schmeckt Gegner-Jungle-Countern. Muss auch mal sein. Jetzt können wir hier auch Vision droppen. Ganz wichtig. Oh mein Gott. Pre-Red-Buff. Hätte ich noch einen Hit rausbekommen, ne? Er ist tot. Er ist tot, Digga. Oh Mann, die Krabbe wäre schon juicy, aber das ist Hard End. Wir können Eclipse kaufen, wir müssen back. So, Pino hat auch hinterher. Die sollen wir durchfighten. Wir können noch seine Kill-Off-Cutter abholen. So, die lauige Hälfte ist alles gut. Ich hab auch keinen Smite-Gang, nur was du weißt. Das ist nicht konkret. Er ist tot. Er flasht. Diese E-Resets, oh mein Gott. Den Jungle-Clee, einfach insane. Jetzt kriegt Geon noch einen Kill-Off-Swain leider. Oder auch nicht. Mhm. Er wurde doch noch gekillt vom Welposs. Sehr gut. Wir helfen da jetzt ganz sicher nicht. Dass ich da auch sterben gehe, so wie ihr. Nice. Mhm, Cutter hat ein Treffer. Stark. Ich kann mal helfen. Ja, super. Nice. Wir haben ihn. H2, so muss es sein. Nein. Bitte hilft mir dann Drake, Leute. Ich brauch euch. Ja, manchmal hab ich auch einfach das Gefühl, die wollen nicht gewinnen. Ja. Digga, mein Damage ist langsam schon ein Sane. Wo ist er? Wo ist er? Oh Mann, er hat es geschafft. Der Lauch, Digga. Ja, Bruder. Hilfe. Was macht keiner denn? Oh no. Ja. Wir haben ihn erwischt. Er erwischt, mein Freund. Wir haben überlebt. Wir haben hier Wards. Das ist das Scheiße. Kann mal jemand bitte den fucking Drake warden? Was macht Kaiser denn? Oh mein Gott, Kaiser 1v9. Nein. Also nach dem dritten Item macht, war ja echt Spaß. Wir kennen ihn wieder. Das ist schon geil. Ja, ich hab ihn bekommen. Ich hab ihn trotzdem noch bekommen, wie geil. Wir kennen ihn so mad. Und dafür kriegt die Lauch jetzt diesen Turret. Heftige Scheiße, Mann. Das finde ich gut. Na okay, sie kriegen den Turret doch nicht. Sie ist schlecht. Aber egal. Und Kaiser wird schon wieder gecatcht oder was? Nee, oder? Bitte nicht. Oh mein Gott. 1v1. Ja, ohne Kaiser können wir halt auch nichts machen, ne? Das ist mein fucking boosted. Ja, Kaiser weißt du was, Digga. So. Einmal weggecombot den Hasen. Und jetzt ein Break. Zack. Jetzt noch den Glue hinterher. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Hab ihn. Let's go. So muss es sein. Meine Crap, Digga. Denkst du echt, dass du sie kriegst oder was? Nö, dafür helfe ich dir jetzt nicht beim Baron. Bin ich behindert, dass ich jetzt Baron mache oder was? Der Xen kann eh nichts mehr machen. Er hat zwar 10... 10 Kills hat der. Okay, der war mein. Erstmal Guardians holen. Ach, wir sind schon wieder Vollwelt, Mann. Wir holen uns jetzt keinen. Scheiße, ja. Und mit der Ulti geholt, Mann. Wie geil. Ich wollte unbedingt mal die Ulti richtig einsetzen. What is going on? Jetzt kriege ich wieder gar nichts. Ach, scheiße. Ab ihn. Oh, ist okay. Was am Ding ist das? Nein! Häh. So muss es sein. Der hat mich voll überrascht. Der will uns jetzt kennen. Ja man gib mir den Panther, sie hat mir den Panther gestealt, sie hat mir den Panther Nein, was ist Kaiser für ein Stück Scheiße Oh mein Gott Oh mein Gott Leute, get carried man, unsere scheiß Botlane war so schlecht die ganze Runde Ist mir auch egal, dass sie mir den fucking Ding gestealt hat Ganz ehrlich, kann man so sein Alter